Ich kann nicht fliegen, das finde ich scheiße. Ich wollte nicht fliegen können, aber ich wollte nicht fliegen. Und jetzt werden wir abgeschossen. Warum kann ich hier denn nicht rüberspringen? Fickt euch. Ich würde ganz gerne sterben. Wenn ihr... Na, wenn ihr einen Spawn-Punker habt. Da steht ein Panzer neben uns. Ups. Einmal kurz mit RPG. Ihr werdet uns freuen, die in den Bunker-Anlagen verbrechen. Du hast dich eliminiert, ja. Das ist ganz toll. Ähm... Doch, Angreifer eigentlich tatsächlich. Wieso werde ich Andy schon wieder als erstes getötet? Schaut die Watch out. Hier ist ein Boot. Und los. Du weißt, wie du fährst, ne? Gar nicht? Was ist denn jetzt passiert? Ich war gedanklich nicht im Battlefield, sondern in Armour. Ich hab einfach mal E gedrückt, weil du mit ihm fährst und wieder schneller. Shit! Ich wollte grad sagen, was ist bei dir denn falsch gelaufen? Alter, der steht schon hinter uns. Du weißt, im Battle, äh, in Armour fährst du, wenn du E drückst, schneller. Ja. Und weil ich halt schneller fahren wollte... Hast du E gedrückt? Hab ich E gedrückt. Das ist natürlich sinnvoll. Christian. Wieso sind wir grade hier? Meins, ich versteh mein Squad nicht so ganz. Behinderter, ey. Ist doch alles gut. Ach, jetzt versteh ich mein Squad wieder. Guck. Wir sind am A der Welt. Kein Schein wird uns jemals finden. Ach doch. Ich weiß ja, dass ihr da seid. Wo immer das ist. Genau, also am, äh... Ach, was auch immer. Ist ein gespotteter Panzer und keiner schießt ihn ab. Aber ich kann bloß so flach gehen. Scheiße. Wir haben gerade noch einen Eintritt verloren. So, können wir jetzt mal irgend... Hier war doch eben noch einer. Wo ist denn der jetzt hin? Nee, ich war bei Horst. Wusstet ihr übrigens, dass Vollpfosten im Duden steht? Echt? Echt? Ja, ist ne Dudenwort. Ja, und dann haut er mich aaa... Hey, oh man. Nein, du bist... Keine Wiederbelebung, du bist... Das wäre böse. Auch wenn ein Typ Sturmsoldat ist. Ich wurde wiederbelebt. Oh Mann. Das finde ich nicht nett. Ne, wobei das... Ich spiele ja im G36 und das macht hier jetzt nicht so... Ja, Skubel hat 10-0. Was? Euer erster hat 10-0. An was? D4 an Typen. Äh, nee, glaube ich. Alle Autos. Das macht Spaß. Selt vor Ort an Typen geht nicht. Ja, oder auch an den MAVs. Das ist am Allergeilsten. Du kannst mit MAVs auch Roadkills machen. Bleib mal. What? Der hat die ganze Basis? Was ist denn jetzt los? Wurde geschniebt. Geschniebt? Geschniebt, ja. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht mehr grenzt. Ich sniepe jetzt. Ja, Thunderbolt. Ich glaube, ich will gleich mal eine andere. Ich glaube, ich spiele jetzt... Ja, das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Ich spiele jetzt Sniper. Der fliegt gut. In der nächsten Instanz haben auch die... Alter, ich bin nur mit Snipern in dem... Alter, euer Jet fliegt echt gut. Ja. Das beunruhigt mich. Igla. Und Panzer. Hast du das ge... Fuck, 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 fuck! Ich habe auch 0% Leben. 0%? 0% ist nicht viel. Nö. Alter, der Panzer ist ja mal... Scheiße zu fahren. Wer sniebt denn hier? Ich nicht. Wer denkt sich denn alles aus? Ich sehe den scheiß Panzer noch nicht. Kommt doch. Könnte mal bitte der Panzer der Fahrer, der jetzt in dem Panzer... in dem Landungsboot steht, mal rausfahren. Nein, geil! Wir sind zwei Panzer ineinander gesbohrt. Shit, ich verpasste den Heli. Schon wieder. Euer Panzer sind tot. Wann das unsere? Du hast aber nicht ernsthaft deinen Panzer abgeschossen, abgeschossen, oder? Dank Besuch, ich habe es versucht. Ich war gerade gefühlt Verteidiger und ich Angreifer. Naja, egal, Juri. Ja, komm, 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 komm! Ach, shit! Schöner Guss, Maxi! Ja, ich habe dich noch gesehen! Ich hatte nur keine... Ich war nur überhitzt, weil ich den Heli abgeschossen habe, aber irgendwie keine Punkte dafür gekriegt habe. Ich habe nicht abgeschossen worden. So Flammen zerstört. So Flammen. Ja, euer So Flammen. Alter! Ey, der Flieger ist hier auch gerade fast einmal gelandet, ne? Da oben hockt wieder einer. Headshot! Ha! Scharfschütze! 180 Meter! Ha ha! 180? Ja, ich habe mir über 180 Meter gerade Handy gegeben. Im Lauf! Das finde ich cool. Aber du hast kein Videobeweis, das finde ich unfair. Feiern wir mal, bitte. Ähm, wir gucken einfach gleich mal, ob wir bei uns den längsten hatten. Wer den längsten hat? Das sieht du in der Statistik, da wird es angezeigt. Den längsten habe ich. Ja, hier, er liebt es ja. Angreifsmiler sind sowieso die geilsten. Äh, ja, Parashooten ist auch immer wieder lustig. Ah, Fail daneben. Nachladen! Ich habe ihn doch zerstört! Ach, der andere war schon nicht vor ihm hier. Das ist so unfair. Next Metro! Oh! Nein! Ich mache gerade relativ konstruktiv wenig. Relativ konstruktiv wenig, sehr gut. Ähm, die sind jetzt kein Deutsch und auch nichts Verab und eigentlich nicht mal irgendwas. Jetzt bleib mal stehen, Mongo, ich muss den Sniper weghauen. Den Sniper, der mich da oben gerade gekillt hat, das werde ich jetzt tun. Hier ist klar. Boom! Der steht an der Tankstelle. Natürlich ist insofern scheiße, weil ich jetzt in dem Humvee hier sitzen bleibe. Scheiße, Panzer! Ding schrottes. Wie messert man noch? Mit F? Mit F. Ich lauf jetzt dem Panzer hinterher. Doch nicht. Warum willst du? Humvee fahren? Äh, nein. Ich würde sagen, ich snipe gerade sehr erfolgreich. Nein, Panzer. Was? Was macht ihr denn da? Wir haben ein feindlicher Händler in eurem Einsatzgebiet gesichtet. Alter. Wollte er gerade reinschießen. In eurem Einsatzgebiet wurde ein feindlicher Panzer gesiedelt. Rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor. Hau. Scheiße, bin ich blöd. Alter. Alter. Mit der war vertrifft ich auf die Hände und noch gar nichts. So, versuchen wir mit die ACWR. Wie geht's bei euch gerade so? Ähm, ist scheiße ein Wort, was man benutzen darf? Ja, gerade schon. Wie, du hast du schon eine Beschreibung anders? Scheiße, schöner Beschreibung. Ich kann ja nur Amt- Ja, komm, ich bin immer nicht im Amt- 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 Schieß doch mal, die Wichser. Da laufen zwei Panzerfaustschützen rum und was macht mein Ganner hier? Gar nichts. Ja, er dreht sich im Kreis. Schieß doch endlich mal. Ja, dann aussteigen und jetzt Amt- 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 Ich merke gerade, dass es relativ viele Waffen gibt, mit denen ich nicht umgehen kann. War schon wieder der Typ. Auspassen. Ja, natürlich erwischt mich der mit der Magnum. Ist klar. Ja, ist klar. So, jetzt kommt, aufs Mk- Leute, jetzt schießt doch mal aufs Mk- Tom will zum Mörsern, immer schon aufs Mk- Nein. Ich snipe- Ich snipe- Ja. Angriffsschester. Jetzt snipe ich professionell. Hier. Wenn wir jetzt morgens un- scheiß language filtern, filtert mein fucking raus. Das ist ein interessiertes Wort. Glaube ich zumindest, mal gelesen haben. Ja, komm, ich kann Viper fliegen. Ja, ich bin jetzt Viper-Gunner. Ach du Scheiße. Scheiße. Das wird nichts. Ich weiß es jetzt schon. Und ich hab meine Igler nicht dabei. Okay. Ah, von da hinten werd ich gesniped. Mist, ich hab die Reflektion gesehen. 159 Meter, Max. Ich hab die Reflektion gesehen. Okay, der Pilot hat keine Ahnung, was er tut, oder? Doch. Doch, ich glaube, er hat Ahnung, was er tut. Maxi, das waren 159 Meter. Ich hab's mitgekriegt. Ja, ich wollte es ja nochmal gesagt haben. Christian, du sitzt gerade im Heli drin, oder? Äh, ich flieg nicht. Ja, aber du sitzt drin, das meine ich. Äh, ja, warum? Ich versuch gleich mal was. Nee, also... Shit, das funktioniert nicht. Das war aber auch nicht das, was ich versuchte. Eigentlich gut genug, um... Ich bräuchte mal die TV-Guided-Mizzles. Ich hab bisher aber echt wenig Punkte mit dem Gunner mal gemacht. Alter. Luftkampf... Allerfeinds. Wo ist denn jetzt der fucking Jet hin? Hey, der Panzer steht bei uns vor der Tür und wir... Wir merken ihn nicht. Okay, der Pilot weiß, was er tut. Aber du nicht. What? Shit! Ich hatte noch 3%, dann bin ich zurückgerückt. Ich hab noch nichts gebracht. Ich hab 3,9. Oh mein Gott, bin ich heute gut. Ja, wir sind abgeschossen worden. Voll scheiße. Ja, Maxi, du bist bei uns im Team. Hey, cool. Warum wurde ich geswitcht? Du bist sogar bei mir jetzt im Squad. Äh, verbalanced. Egal, ich spawn jetzt mal bei dir. Ja, wir werden direkt von hinten abgeschossen. Irgendwo. Was ist denn das? Die haben hinter uns und haben die Fahr einfach. Ich kann nicht fahren. Dann repariere mich unter so'n Scheiß. Mach irgendwas. Ich hab auch keine Reparatur mehr. Ich bin grad Sniper gewesen und wurde dann geswitcht. Und saß plötzlich da drin. Ich weiß noch nicht, wieso ich grad geswitcht wurde. Ich bin grad mit dem Kopf gegen die Bremse. Weißt du, so. Dong, 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 so. Ich kann nicht schlecht mit, äh, mit nem Funkfeuer repariieren. Wusch. Lief, Motherfucker. Ah, also mit einem Schuss ist scheiße. Das ist okay. Wir werden alle sterben. Das sowieso. So, ja, und ich frag mich immer noch, warum ich jetzt plötzlich bei euch bin. Heute wird nicht gestorben. Heute wird gewoatkicket. Ja, votekick. Votekicks sind auch immer geil. Wenn du so Server hast, wo eigentlich ständig ein Votekick läuft, weil die sich alle nicht mögen gegenseitig. Und deswegen alle immer votekickt wollen. Christian, das sollte ich grade machen. Was? In diesen Panzer einsteigen. Ja, das ist nicht nett. Ist allerdings auch wieder so ein Vollmongo, der sich immer mit versucht, mit Panzer irgendwie zu snipen. Ja, kann man doch. Also, theoretisch. Das geht, wenn man's fragt. Wie intelligent das ist, weiß ich jetzt nicht. Nein, die Panzer müssen eigentlich reinfahren, um den, äh, fucking Leuten an den... Ich steh jetzt am Feuer. Er fährt. Hint, Mann! Wie, sie hat... Ach, der andere hat mich abgeschossen. Deswegen. Das ist unfair zwei gegen einen. Der andere wäre fast tot gewesen. Abrams. Maxi, möchtest du bei mir spawnen? Äh, nein, möchtest du bei mir spawnen? Ich bin... Oh, ja, jetzt doch. Ja, doch, vielleicht. Ich glaube, du musst nur noch mal ne, ne andere Waffe, du musst nur noch mal überleben. Das ist so ga... Nicht so geil, irgendwie. Das ist so ga... Shit, ich komm da nicht ran! Wieso krieg ich den Typen nicht getötet? Ich bin doch zu blöd. Aussteig, du Spinnen. Alter! Was ist denn das? Gibt der Panzer besser? Welcher? Welcher? Nein. Nicht wirklich. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf... Aber der ist... Warte, 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 warte. Ja, komm. Hier, wir reparieren ihn. Du bist ja auch... Alter. So, und ich sitze wieder im Panzer. Ja, also, dann werde ich gestreift. Du bist geil, Torben. Weißt du, Torben ist im Panzer. Ich habe mich dahinter repariert. Torben schweigt erstmal ein. Ich repariere... Ich repariere... Hallo, sonst wird der mit uns geklaut oder so. Wollen wir Playday spielen? Ich habe keine Lust mehr. Ich finde, das können wir eigentlich jetzt auch eine Runde machen. Jupp, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.